soundth fragt pete smith wie würde euer asterix name lauten genius x also ich wäre wahrscheinlich ganz einfach sepplix weil das ist ja wohl beschreibung genug Unser Name wäre Asterix Ich wäre wahrscheinlich Gamer Nix oder so Oder Gay Nix Ich würde mich Hartwix nennen Gut, ne? Ja, ja Wow Krasser, krasse Überblendung Wow Ich würde sagen Ja, Mongolix passt eigentlich schon mal gar nicht so schlecht Jix Vielleicht Doktorix Weiß ich gar nicht wieder Miraculix, wie heißt, gibt es da auch noch einen Doktor? Ich weiß es gerade gar nicht Ich glaube nicht, dass ich wüsste Miraculix ist ja so der einzige Doktorix Tierarzt Tierarztrix Jix Spastix Keine Ahnung, ohne Spaß Mongoix finde ich eigentlich schon ziemlich geil Aber es ist einfallslos, weil das stand da schon in der Frage Doktorix Doktorix Ja, ich glaube nicht so Bis zum nächsten Mal